Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei unserer Reise hier in Green Hell durch die Hölle des Amazonas-Regenwaldes. Wieder mit den Natzen unterwegs. Hallihallo ihr Lieben. Ja und heute haben wir gesagt, es wird auch gerade hell, juhu. Wir wollen heute auf Jagd gehen, aber nicht auf Beutejagd, sondern wir gehen Ingos jagen. Genau, Ingos jagen. Ingo ist cool. Ingos, ja genau, Ingos, nochmal kurz, um euch nochmal da auf dem Laufenden zu halten, das sind hier diese komischen Buschmänner, die hier überall rumrennen, diese Stämme. Und die singen immer Ingo, Ingo, deswegen haben wir gesagt, die nennen wir jetzt die Ingos, das ist der Stamm der Ingos. Genau. So, ich muss auch nochmal eben was trinken, bevor wir loslegen. Moment mal. Meine Olydrater sind alle vergammelt. Nein. Ja, da habe ich auch keine mehr. Ja, so langsam. Ich meine, es geht noch, aber so irgendwann müssten wir gucken, dass wir da mal welche kriegen. Mhm. Äh, war das meine oder? Warte mal, ich habe auch noch hier deinen Bideon, hier den kannst du wiederhaben. Ja. War das deine Pilzsuppe hier? Äh, keine Ahnung, trinkst du einfach, wenn du so brauchst. Ich habe ja gerade geschlafen. Ja, wieso hat er denn jetzt die Kokosnuss weggepackt, äh, mitgenommen? Achso. Ah, so soll ich es machen. Genau, genau. Hier, äh, vergiss dein Bideon nicht. Ne, haben wir schon. Super, so, ähm. Ich bräuchte aber, ich müsste mir erstmal noch einen neuen Speer machen, weil ich habe zwar hier noch einen, allerdings kann der nicht mehr so viel. Ah ja. Ja, dann machen wir lieber noch einen. Und, äh, ich weiß nicht, wie, äh, gleich dieser, dieser Kampf aussehen wird, deswegen möchte ich da lieber nochmal einen machen. Ja, besser ist. Äh, ich bräuchte aber, ne, brauche ich nicht, habe ich. Ich bräuchte nochmal ein paar kleine Stücke hier. Könnte ich mir nochmal ein paar Pfeile machen. Vier Stück sind ein bisschen wenig, ne? Ah, geht's mehr. Ich denke auch. Bei so viel Federn auf Tasche. Wir können ja gleich mal gucken, was die gleich alles haben. Die können wir ja auch, glaube ich, ein bisschen ausrauben, ne? Ja, ich will übrigens einen Stammesperr wieder haben, den ich verloren habe, wegen dem Ingo. Ja, ich warte dann auf dich. Ich bin auf jeden Fall soweit. Ja. Gut, hier noch zwei. Vielleicht finden wir bei denen auch ein paar Bananen oder sowas. Oh, gucken wir mal. Hattest du jetzt eigentlich welche angepflanzt? Ja, ne? Äh, ja, unten, äh, ne, hier bei uns, genau. Ja. Mach ich das immer. Ähm, ich hab hier einmal, äh, ich würde aber gerne nochmal welche, äh, pflanzen. Ich hab aber nur einmal Samen gehabt. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir nochmal welche finden und einmal zumindest dann dafür verwenden. Ja, gar nicht verkehrt. So, jetzt hab ich zehn Pfeile, da tut's ja erstmal. Sehr gut, sehr gut. Also gleich, wenn sie fertig sind. Ich hab hier noch Pilze gefunden. Ich setz hier nochmal ein bisschen Pilzsuppe auf, dass wir noch welche für später haben. Ja. Oh, ein Papagei. Was ist hier eigentlich? Kann ich eigentlich hier auch? Ne, kann ich nicht. Oh, ich hab grad Ingos gesehen. Die rennen da hinten am Wasser rum. Oh, uncool. Überall Ingos hier um uns herum, wa? Ehrlich, voll eingekesselt hier. So, das Fleisch schmeiß ich nochmal hier aufs Trockengestell. Ähm. Ja, sag mal, dann die Ingos erstmal jagen, oder was? Ist das nicht egal? Wenn die hier so nah sind. Ja, das ist ja eigentlich egal, welche wir uns da schnappen, oder? Ja, ich dachte, wenn die jetzt hier so nah sind. Ja, komm, wir machen erstmal die, die wir jetzt gesagt haben, ne? Ja, dann komm ich dir mal nach. Okay. Boah, ich bin so aufgeregt. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt ausgeht. Leute, wer weiß, was da jetzt gleich passieren wird. Wir haben hier am Wasser Ingos gesehen. Es spüren wurde von denen hart verfolgt. Oh, ja. Das war echt Nervenkitzel pur. Im Dunkeln und meine Orientierung. Hat super geklappt. Und dann rennt der auch noch zu mir. Ich dachte, du unterstützt mich da. Ich wollte hier eine Leiche verbrennen dann. Oh, ich nehm mir mal eben hier Kohlenhydrat. Oh, ja, warte. Entschuldigung. Das war nur noch eine. Nimm, nimm, nimm. Da hinten rennen welche. Okay, wo? Da, wo mein Pfeil hinzeigt. Moment, ich seh nicht, wo dein Pfeil hinzeigt. Okay. Ja, die Richtung ungefähr. Ich seh sie, ich seh sie. Ich seh sie. Das sind auch die, die gerade dich verfolgt haben, glaube ich. Komm. Ja, das kann wohl passen. Machen wir die Ollen mal hier rund. Jun. Du bist bei mir, die sind hier. Ich bin hinter dir. Die haben mich 100 pro. Oder gehen die gerade auf die Jagd. Ich weiß nicht, was die da machen. Ich auch nicht. Ich seh sie gar nicht mehr. Auf jeden Fall scheinst du nicht getroffen zu haben. Nee. Ich bin auch noch so wackelig hier mit den Scheißpfeilen. Ja. Es schreit. Ah, das ist ein Ding. Ah, ich muss ja eben Außendauertanken. Was sind denn das hier für hinterlistige Typen? Wo sind die hin? Ich hab keine Ahnung. Ich hör sie, aber ich seh sie nicht. Das sind Geister. Ja, die Geister von Amazonien. Da hinten rennt einer. Wo bist du überhaupt? Nein, jetzt lass mich doch nicht allein. Ach, da bist du. Da vorne, Vorsicht. Ameisenhaufen. Ich hab ihn gesehen. Oh Gott, hinter dir, hinter dir. Wieso sind die immer hinter mir? Ich hab ihn erschossen. Wow, mit einem Pfeil. Scheinbar. Krass. Aber hier ist ja noch so ein Ingo irgendwo. Ja, ich mach schon mal hier kaputt. Wo ist die Leiche? Äh, wo hast du denn erschossen? Ja, hier. Äh, du hast einen Egel. Warte, ich hab ihn gehört. Der ist noch irgendwo. Der ist noch einer. Da ist einer. Ja, den seh ich. Klappe da. So. Wo ist der Leiden? Oh, ich hab keine Pfeile mehr. Oh. So, der ist auch am Arsch. Der ist aber komisch gestorben. Da ist so ein Stammesspeer. Hier, den wolltest du doch unbedingt haben. Ja, 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 ja. Nimm. Den hat er mir ja vorhin gemobst. Kann ich mir nicht meine Pfeile wiederholen bei dem? Eigentlich doch, oder? Doch, aber ich erwische mir, nimm mir den Stammesspeer da. Genau. Ja, hab ich doch schon. Nee, das Fleisch wollten wir nicht nehmen, ne? Nein, ich will doch nur meine Pfeile. Hier im Arm hängt ein Pfeil, den könnte ich nehmen. Einen hab ich, einen, noch einen hab ich, noch einen hab ich. Ja, der hat auch zwei von mir, ne? Ja. Ja, also wenn ich welche brauche, weiß ich ja, wo ich hin muss. Du hast doch hunderte von Federn, denke ich. Die meisten hab ich da gelassen. Ich hab nur noch sechs. Okay. Was stößt du denn hier so? Das waren die Ingos. Wissen Sie nicht noch mehr Ingos? Weiß ich nicht, aber eigentlich... Aber hier ist eine Höhle. Ja, hier kam die, glaube ich, auch raus, ne? Und genau da müssen wir hin, weil die haben da irgendwo noch ihr Lager. Genau. Hier vorne sind noch mehr Ingos. Da sind noch mehr Ingos. Oh, ja. Ja, die singen auch wieder Ingo, Ingo. Drei Stück. Wo siehst du sie? Ach, da sitzen sie. In der Höhle. Warum bin ich blind? Ja. Ja, mit einem Schuss. Gut. Amazonen-Natzen. Was willst du? Pass auf, du mit dem Speer, ich stehe mit dem Bogen. Oh, voll im Kopf. Da kommt noch ein Vierter, verdammt. Echt? Ja. Aber mein Bogen ist so wackelig hier. Jetzt haut der ab. Ich hab leider keine Feile. Oh, der hat auch Bogen. Scheiße. Ich hab keine Feile mehr. Und der haut einfach ab. Du Feigling. Echt? Hallo? Oh. Komm her, du Ingo. So. Den hab ich geklettet. Den hab ich ins Bein getroffen. Und du richtig. Oh, ich hab ein Stammesfeil. Aha. Oh, die sind gut. Oh, du hast noch einen Ingo. Wie viele sind denn hier? Komm her, komm her. Der ist direkt hier am Höhleneingang. Oh, der hat mich erwischt. Ja, ich seh ihn. Der hat mich erwischt. Das ist nicht gut. Hau ab. Hast du Feile? Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie viele noch. Der rennt da hoch. Der ist jetzt über uns. Der ist hochgerannt. Aber warte mal. Ich mach jetzt erstmal hier dem seinen Scheiß kaputt. Wo bist du? Hat der mich denn erwischt? Der hat mich irgendwo erwischt. Olle, Radde. Da ist er. Olle, Radde. Komm her, du. Nee, renn nicht weg. Komm her. Hab gesagt, komm her. Nicht wegrennen. Ja, erst muss die Klappe und dann hauen die immer ab. Echt, ne? Ja, komm noch. Renn doch nicht so komisch rum hier. Ihr komischen Ingos. Komm, du Sack. Hol jetzt nicht noch ein paar Brüder. Was ist das denn? Ein Stocklinger. Wo ist er denn, du? Wo ist denn der Sack? Ich mach jetzt erstmal den hier, ihr Lager kaputt. Ja. Ich komm auch zu dir. Der ist weggerannt. Irgendwann kommt der schon wieder. Ja. So. Kleines Lager zerstört. Oh, hier ist, äh, eine Spinne. So. Kaputt. Kaputt. Da kommt er schon. Ingo. Ingo. Aber er schleicht sich an. Ja. Hat er gedacht. Ich seh dich. Jetzt nicht mehr. Da hinten ist er. Wo ist er denn? Ja, hier in der Schluchtränderung. Ja, ich bin hinter dir. Er schleicht durch die Schlucht, während ich hinter ihm bin. Ja, ich seh's. Komm her, du. Ja. Stockklinge. Ist die gut? Ich hab auch so ne Klinge gerade von denen erhalten. Ich weiß noch nicht, was die können. Hm. Aber der ist hier eben hochgerannt. Vielleicht ist hier oben noch irgendwas von denen. Ich geh mal hoch und guck nach. Ich hab mir die Stockklinge auch mal genommen. Nee. Grad nicht. Wo bist du? Hier hochgegangen. Weil der ist eben hier hochgerannt. Ich dachte, ah, hier ist noch ein Höhleneingang. Vielleicht ist ja noch irgendwas. Ah. Ich hab hier noch so nen Dings. So nen. So nen, so nen, so nen Toten. Ja. Hier ist ne Eisenader. Ne Eisenader ist hier. Oh, cool. Ja, aber damit können wir jetzt noch nichts anfangen eigentlich. Nö, aber merken. So, wo bist du denn jetzt? Ich bin hier am Eingang der Schlucht. Warte, ich komm mal auf. Bei dem Ingo. Bei dem Ingo. Bei dem Toten. Du bist quasi über mir. Okay. Ich bin jetzt hier an dem Baumstamm, wo du drüber laufen kannst. Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Cool. Komme. Aber wie bist denn du da runter? Wir waren doch gerade noch auf einer Höhe. Warte mal, ich komm mal hier vorsichtig runter. Da, genau. Ja, da hinten wär's auch einfacher gewesen. Ach ja, jetzt seh ich's auch. Hier geht's auch in so ne Höhle. Ey, wir müssen auch noch immer dieses verdammte Boot finden, weil irgendwo gibt's ne Map. Ja. Ja. Beim Dampfer und beim Boot. Wir brauchen so ne Map, weil sonst macht das alles keinen Sinn. Wir sehen nicht, was wir schon abgeklappert haben. Richtig. Ja, hier ist ein, ach, guck mal, hier ist so ein Zeichen. Und hier ist Skorpionscheiße. Ja. Nein, nicht schon wieder. Doch. Ach, das ist doch blöd. Du magst die Viecher auch nicht, ne? Was war nochmal gegen Vergiftung gut? Diese Seerosen kochen, ne? Äh, ja. Ich glaube ja. Zerstören sollst du den. Warum zerstört er den nicht? Irgendwas summt hier an mir. Äh. Also, die ganze Zeit. Ich muss schon wieder schlafen. Der Kampf war zu anstrengend für mich. Ich muss im Bett. Bist du ein bisschen eingepennt? Noch nicht, ne. Ne, ne. So schlimm ist noch nicht. Achso, ich brauch hier ja auch so ein mittelnden. Shit. Ich brauche eine Funk hier. Und ich brauche... Funk hier waren diese mit den grünen, hellgrünen. Ja, mit diesen... Und ich habe Durst, weil ich Fieber habe. Ja, ja, ja. Okay, pass auf. Wir müssen gucken, dass ich hier irgendwie... Wir müssen zurück. Ja. Ja, sehe ich einen. Oh, wo ging es lang? Hier lang, ne? Äh, ja. Oh, ich habe eine Wunde. Merke ich gerade. Hast du einen Verband? Ich habe Verband. Ich habe auch einen, aber mit Tabak. Ja, das ist, glaube ich, okay. Ja. Ja, sieht gut aus. Sind wir hier überhaupt richtig? So, was hat er noch? Ne, das war's. Scheiße, ich verdurste gleich. Das ist blöd. So. Ah, hier ist, hier ist, hier ist Wasser. Wo sind wir denn? Ist doch egal. Na, warum schmeiße ich denn jetzt den Speer? Warum bin ich mich jetzt? Ich will doch trinken. So, wir sind... Aber hier gibt es keine Seerosen. Wir mussten 39, 34 oder so, ne? 39, 34, ich bin jetzt 40, 32. Ja. Aber ich brauche doch, ähm... Ich höre was. Ich höre was. Ingo. Ich weiß nicht, irgendeine Quatsche. Ich habe Bananen gehört. Äh, gehört. Du hast Bananen gehört. Cool. Okay, meine Vergiftung ist weg. Ich habe aber noch Fieber. Das heißt, ich muss auch gleich schlafen. Äh. Ich bin jetzt hier wieder in der Höhle, wo wir die gerade alle platt gemacht hatten. Ja, ach so. An dem Eingang, wo wir eben reingegangen sind. Ja. Ich bin fast bei dir, aber ich schlafe gleich. Ich gehe auch falsch. Ich gehe hier 41. Ich muss doch in die andere Richtung wahrscheinlich dann, ne? Ja. Ach ja, wir sind ja hier übers Wasser. Am Wasser im Land. Ich glaube, wir müssen hier wieder raus, ne? Warte mal. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Das ist gut. Ich bin müde. Wenn es mir in einer was. Ja, ich auch. Ich glaube, ich schlafe gleich. Mhm. Hier ist der scheiß Ameisenhaufen. Geht mir genauso. Hier ist ein schöner Baum. Ein Baum. Ja, hier so ein Mammutbaum. Ich hoffe, da ist so eine... So ein Energypilz, ne? Ja, aber ist gerade keiner. Ich sehe dich. Ich habe gerade dich gesehen. Ja, ich sehe dich. Ich bin hinter dem Baum. Ich bin die ganze Zeit hinter dir gewesen. Ach so. Das wusste ich nicht. Wenn du irgendwo mal... Weißt, worüber wir langen müssen, sag Bescheid. Ähm, ich bin hinter dir und liege da auf dem Boden rum. Ja, ich schlafe auch gleich ein. Scheiße. Shit. Ich komme. Noch bin ich nur dreckig. So. Dann darf ich dich gleich aufheben, ja? Es wird wohl so sein. So, warte mal. Hier irgendwo war doch... Wir müssen einfach nur... Ja. Stöhnen nicht so. Unser Dings finden hier. Unsere Wasserstelle, dann... Ja. Wissen wir auch, wo wir hin müssen. Wir sind immer noch in diesem Scheiß-Höhleneingang. Wir gehen immer wieder auf die falsche Seite. Ich folge dir. Hier ist so ein toter Ingo. Ja. Wir müssen den toten Ingos folgen. Okay. Ich habe noch mal im Popo gepikst. Hast du gut gemacht. Ja. Okay. 40, 33. Das sieht gut aus. Ich glaube, wir gehen richtig. Ich schlafe gleich ein, ne? Ich schlafe gleich ein. Du musst mich gleich weg. Ja, ich bin hinter dir. Und tschüss. Ja, alles klar. Hab dich. So, bist wieder wach. Dankeschön. Du bist. So. 40, 34. Wir müssen jetzt 39, ne? Äh, ja. 39, 34. Wo ist denn jetzt? Wo geht es denn jetzt lang? Westen. Wo bist du denn? Ach da. Also nach Osten. Äh, da. Und hier ist eine Schlucht. Super. Ja, das läuft doch. Aber wir sind hier richtig. Nein, wir sind hier richtig. Guck mal. Ah, doch. Das kenne ich. Ich weiß, wo wir sind. Ja, ja, ja. Wir müssen da lang. Da ist doch das Dorf. Ich sehe das Dorf. Ja, an der Schlucht stand ich schon mal. Gut. Ich muss gleich auf jeden Fall schlafen. Mein Fieber ausschlafen. Oh, schlafen muss ich auch. Ich weiß nicht. Hast du, warte mal. Wir brauchen Wasser. Wir müssen Wasser mitnehmen. Oh, das ist eine gute Idee. Ach, wir rennen hier hin und her, du. Und hier sind Funkchen. Ja, das ist doch gut. Aber ich schlafe gleich wieder ein. Scheiße. Ich auch. Ja, weil mich das auch Energie kostet, die jetzt hier zu plätten. Aber ich brauche die. So, wo ist denn jetzt das Wasser hier? Ja, ich höre es. Ich höre Wasser. Ah ja, ich sehe es sogar. Ja, ich jetzt auch. Aber ich sehe auch, dass ich gleich wieder einpenne. Ja, kannst du mich vorher wecken? Ich weiß nicht, wo du bist. Und ich schlafe jetzt auch ein. Neben dir. Ja, dann schlafen wir jetzt gerade beide. Ja, dann schlafen wir doch jetzt mal. Obwohl wir schlafen beide, das geht schneller. Ja, aber jetzt haben wir so ein Kackvieh unter der Haut. Äh, ja, wahrscheinlich, ne? Und hier sind ja die Rosenblüten. Aber ich habe Knochennadeln. Hab ich auch. So, untersuch dich mal. Zack, ja. So, dann muss man den verbinden, ne? Äh, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube aber schon, ja. Ja, mach ich mal. Besser ist das. So. Aber er sagt immer noch untersuchen. Ja, du hast wahrscheinlich mehr als eine. Ich habe auch mehrere. Ich schätze, ich schätze. Und schlafen wir auch schon wieder. Ähm, Untersuchung. So, da hast du. Ah, ja. Jetzt haben wir die alle echt vermöbelt, ne? Vermöbelt. Ja. Das haben wir echt gut gemacht. Gut, dass ich noch ein paar Molinari-Blätter hatte. Ja, komm, dann stell gleich zwei Verbände her. Wir werden es wahrscheinlich noch einen haben, ne? Ja. Ja, 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 ist wichtig. Ja, ich will aber auch schon wieder schlafen, sagt er mir. Ja, das kommt noch dazu. So. Schnell mal da rein. Und er hat immer noch was. Wie viel? Ne, jetzt sind die Würmer weg. Gut. Hab ich hier eigentlich die? Ja, hab ich. Ja, ich kann dann aber auch gleich direkt nach die zweiten Bananen, äh, äh, pflanzen. Das ist auch schon mal gut. So. Essen. Essen. Und mach mehr Funkchen hier. Essen. So, ich geh jetzt mal Richtung Lager. Ja, ich geh da jetzt auch hin. Gut. I follow you. Warte. Ein bisschen. Bis ich wieder schlafe. Das war eben erst mal was machen. Ach, jetzt hab ich die Funkchen nicht mit, oder was? Weil ich keinen Platz hatte? Äh, nein. Wo lagen sie denn? Wenn du das jetzt noch wüsstest, ne? Ja, vor allem es war, ich hab jetzt schon zweimal dann welche verpasst. Und für die einen bin ich sogar extra noch eingeschlafen, um die zu ernten. Ach, schande. Honig. Ja. Du hast Honig? Ja. Cool. Ich hab grad ein Bienennest geplättet. Ich schlafe. Ich komme. Ja, ich geh jetzt auch auf jeden Fall hoch danach. Ja, besser ist. Dreckig. Wie denn so ein Wurm? Mein Gott. Gibt's ja jetzt nicht. Ich geh jetzt mal hoch, dann können wir gehen. Ich hab eh keine Verbände mehr. Ich hab noch einen. Ich hab grad... Ne, doch, einen müsste ich noch haben. Hier ist ein Funkchenwürfelband, äh, Kraut. Hast du? Wieso konnte ich das denn grad nicht nehmen? Das hätte doch noch locker hier reingepasst. Ist ja so. Hm. Das ist blöd, ja. So. Ja, ja. Jetzt ist gut. Stür nicht so. Wie ist sie denn nun wieder? Ich würd gerne mal wieder ein paar Leute vor allem mal befreien, weil, ähm, dann ist es so schön lebendig. Also, gleich gehen wir auf jeden Fall mal in die andere Richtung. So, wo bin ich denn schon wieder? Also, ich bin jetzt bei uns im Lager. Ja, ich nicht. Wie konnte das denn jetzt passieren? Ja, plötzlich warst du weg. Aber... 9, 39, 34, denk dran. Äh, ich muss noch ein bisschen östlich, dann bin ich da. Äh, ne, jetzt stehe ich an dieser blöden Schlucht. An unserer Schlucht oder an der, wo wir gerade herkamen? Ich glaub an der, wo wir gerade waren. Dann muss ich doch... Ja, dann bist du ja ordentlich abgedriftet, ey. Ja, keine Ahnung. So. Äh, ich muss in den Osten, ne? Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich hab mich jetzt grad schlafen gelegt und bin jetzt wieder fit. Ich bin 40, 33. Ja, guck mal, du bist 39, 40. Mhm. Äh, gar nicht wahr, 39, 34. Genau. Da müsste ich doch jetzt gleich da sein. Ja. 39 bin ich. Dann muss ich noch ein bisschen nach Norden. Eigentlich müsste ich das Dorf sehen. Oder unser Lager. Tja. Ich bin 39, 33. Ach, Ameisenhauf. Ja, lass doch nochmal rein. Ja, das ist gut. Der ist nämlich hier in der Nähe. Aber warum seh ich denn nix hier von uns? Ich weiß nicht. Vielleicht gehst du in die falsche Richtung. Vielleicht gehst du in die falsche Richtung. 39, 32. Ah. Verwirrung. Voll. Ich sag ja, oh, ich schlafe. Na gut. Ich such dich. Ja. Du bist nur 112 Meter von mir weg. Hä, wieso bin ich denn jetzt auf 41,35? Weiß ich nicht. Du bist 120 Meter von mir weg. Also der zeigt mir jetzt an, wir sind 41,35. Irgendwie haben sich hier die Koordinaten geändert vom letzten Mal. Hä? Keine Ahnung. So geh ich auf dich zu? Äh, ja. Jetzt ja. Gut. Nur noch 100 Meter. Wahnsinn. Eschbörn, wo bist du? Hier. Hier. Wo bist du? Ich bin jetzt hier am Wasser. Weiter kann ich nicht gehen. Äh, du bist aber noch 95 Meter von mir weg. Ja, wie geht das denn? Wo bist du denn? Bist du hier auf der anderen Uferseite oder was? Wie konntest du denn da hinkommen? Ich, ich hab keine Ahnung. Du warst noch vor mir, dann warst du weg und dann war ich irgendwie ganz falsch. Sag mir mal, ob ich doch immer auf dich zugehe. Ja, sind nur noch 75 Meter. Nur noch, boah, du bist ja ganz weit weg, hör mal. Wie konntest du denn so weit abdriften? Du warst doch direkt hinter mir. Keine Ahnung. Einmal falsch gedreht oder so. Und ich dachte schon, ich wär verpeilt. Aber ich bin jetzt auch in zwei Sekunden wach. Ja, ich bin auch hier jetzt vor einer Felswand. Also ich weiß nicht, wo du bist, aber ich komm nicht an dich ran, weil du musst irgendwo sein, wo ich nicht rankomme. Da ist eine Felswand vor mir. Ja, die seh ich. Äh, ich bin auf 39, 32. Ich geh wieder nach Hause. Ja, ich versuch auch mal dahin zu kommen. Was sagst du? 41? 35? Ja, ich weiß auch nicht, warum. Da muss ich ja weiter in Osten. Ost, Nord, Ost. Da. Ne, Quatsch. Nord, West. Ich sag dir, wir brauchen diese scheiß Map. Da. Da ist bei mir so ein Riesenberg. Ach, ist das... Ach, ich bin in dieser blöden Schlucht. Ah. Ja, dann bin ich gleich da. Dann weiß ich jetzt, wo ich bin. Na, dann nehme ich den Vogel auch noch mit. Pff. Ist nicht fertig. Läuft, ja hier. So, jetzt müsste ich doch bei uns sein. 40, 31? Ich latsch doch schon im Norden. Ich latsch doch schon im Norden. 41, 35. Ja, ich bin auf 40, 31. Warum? Du hast ja auch die Orientierung gemacht. Oh, oh, oh. Ingo? Ein Kind, ein Kind, ein Kind. Oh, bring mit, bring mit, bring mit. Ja. Ich hab keine Ausdauer. Das Problem ist jetzt auch, dass du jetzt nicht mehr auf die Uhr gucken kannst, wenn du das dann hast. Ja. Ja. Ja, ich würde dir ja so gerne helfen. Ich hab keine Ausdauer, ich krieg's nicht. Äh, ich bin auf 41, 30. Okay, ich bin jetzt 41, 30. Bin falsch gelaufen. Nee, ich bin fast. Pass auf, du musst nach Süden gehen. Ja, ja, hab's grad gemerkt. Du musst nach Süden gehen. Ich komm ein bisschen auf dich zu. Ja. Ja, ich schlafe gleich sowieso wieder. Ja, deswegen, dachte ich mir. Ah, jetzt liegt hier eine Palm, äh, eine Kokosnuss. Ich geh nach Norden und komm jetzt auf, ich bin jetzt 41, 33. Ich müsste jetzt auf dich zukommen, wenn du noch immer deinen Kurs hältst. Ja. Ich halte. Ich halte. Ich kann nicht anders. Ich schlafe. Okay, ja, steht mir, steht hier jetzt auch, 41, 32. Jetzt bin ich hier wieder vor so einer Felswand. Ich weiß nicht, was du hier machst immer. Ich auch nicht. Ich bin hier wieder vor so einer Felswand. Ich bin wahrscheinlich in einer anderen Dimension gelandet. In einem anderen Dschungel. Ja. Auf einer anderen Zeitebene. Aber hier ist echt so eine verdammte Felswand. Und jetzt bin ich auch schon auf 42. Nee, das geht so nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich hab auch grad keine Ahnung mehr. Aber ich komm gleich. Nee, das sagst du so. Ashburn lost in the jungle. Ja, ehrlich. Nicht welcome to the jungle. Oh Gott, Ingo, Ingo. Ich hau ab. Ja, hau mal ab. Ja, kleiner Mann, nicht quatschen. Helf mir, kleiner Mann. Hast du den Jungen? Ja, der ist neben mir und quatscht. Neben dir? Ja, irgendwo hier bei mir. Ich lieg ja noch und bin noch ohnmächtig. Ist doch nett, dass er bei dir bleibt. Ja, der quatscht mich voll. Komm, Junge, steh auf. Du schaffst es. Schlaf hier nicht. Du kriegst Würmer. Diese verdammten Ingos. Ich glaube, ich hab bestimmt fünf Würmer oder so. Meine geistige Gesundheit ist auch schon bald einer Hälfte angelangt. Oh, aufpassen. Sonst kriegst du immer noch nicht. Du gehst drauf. Ja. Mein Leben ist auch nur noch ein Drittel gut. Was hast du denn alles? Alles. Schmutzig. Nichts zu essen. Nichts zu trinken. Du warst direkt hinter mir. Ehrlich, ey. So, ich kann doch hier die Kokosnuss trinken, ne? Ja. Ja. Trink es. 15. Das ist gut. So, ich renne jetzt einfach nur Richtung Süden. Ach, diese Felswand meinst du? Gott, hier hat gerade irgendwas drrrr gemacht. Breche ich mir jetzt Knochen? Ich glaube, hier irgendwo in der Nähe von unserem Lager laufen Ingos rum. Ja. Ne, gehend. So. Also, wenn du noch mal Maden brauchst, ich hab welche. Super. Aber gerade nicht. Gibt es hier eigentlich keine Klapperschlangen mehr? Ich hab noch nicht eine gesehen. Ich hab noch keine gesehen, aber eigentlich, wenn es Spinnen gibt, sind die auch da, weil die kannst du dann nur mit den Spinnen zusammen ausschalten. Also, irgendwo werden schon welche sein, wir haben nur noch keine gefunden. Oder die uns nicht, wie auch immer. Also, ich bin bei 42, 31. Das heißt, ich brauch jetzt erstmal nur in Richtung Süden laufen. Ich bin jetzt einfach mal so ein Felswand runtergesprungen. Ich mach jetzt mal was ganz waghalsiges. Ich versuche einfach mal zu überleben. Ich hoffe, hier ist jetzt kein Ingo. Ich war wahrscheinlich über dir. Schau ab. Verpisst euch. Ich hör, ich hör Stimmen, ich hör Stimmen, ich hör Stimmen. Oh mein Gott. Ich hab da so, ich hab da unten bei uns in der Ecke, da unten die Schlucht runter, da ist so ein Gestell von denen. Und da hab ich, das wollte ich wegschlagen. Auf einmal hör ich, ei, ei, ei. Ich seh unser, ich hör Ingo. Oh, ich bin in so einem Ingo-Dorf. Scheiße. Oh Mann. Ja, ehrlich. Sag mal, wo lauf ich denn hier hin? Ich bin 43, 34. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich bin. Nicht du. Ich bin jetzt schon wieder in irgendeiner Schlucht. Ich meine Ingo-Kackbratze. Wo bin ich denn gelandet? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Und ich schlaf schon wieder. Oh Mann. Ich kann dir leider nicht helfen. Weil ich einfach nicht weiß, wo du... Ich komm dir aber auch nicht näher. Und ich renn schon nur in Süden. Ey, sag mal. Wie sind denn deine Koordinaten? Kannst du jetzt nicht gucken, ne? Weil du pennst. Genau, irgendwie 43, 34. 43, 33. Das ist gar nicht cool. Du musst 41, 35, Mann. Ja, ich renn aber die ganze Zeit nur nach Süden. Und der ändert seinen Kurs trotzdem nach Westen. Ich weiß nicht, wo der hinläuft. Jetzt bist du schon wieder 116 Meter weg. Ich komm irgendwie gar nicht näher. Ich lauf und lauf und lauf. Und immer ist die gleiche Entfernung. Ist das ein Bug? Ja, ist klar. Und meine Gesundheit, meine Geistige, ist gleich ganz unten. Und wo ist der Kacken, wo der mir hier gerade so einen Schrecken eng gejackelt hat? Ich speichere mal eben. You are going crazy. Geht schon los, ja? Ja, ja. Die Folge ist eigentlich auch schon wieder rum. Ingo, wo bist du? Du kommst mir näher. Ich komm dir näher? Ja. Ich bin hier unten in unserer Schlucht. 75 Meter. Ja, ich stehe jetzt auch schon wieder in der Nähe von so einem Abhang. Ja, das ist... Wahrscheinlich muss ich da nochmal runter. Das ist, glaube ich, unsere Schlucht, wo du bist. Kann das sein? Du musst... Oh, hier ist eine Schlange. Ich hab eine Schlange gefunden. Oh, mich hat ein Ingo gefunden. Das ist viel schlimmer. Das ist wahrscheinlich der Ingo, den ich gerade suche. I will die. Yeah. Irgendwann bestimmt. Aber nicht jetzt. Jetzt. Nein. Okay. Was hab ich denn noch Essbares? Nichts, was mir... Komme ich dir entgegen? Geistige Gesundheit... Oh. Ich bin tot. Scheiße. Mich hat ein Ingo. Okay, dann geh ich wieder zurück. Erwischt. Dann musst du auch nicht mehr nach dir suchen, dann kommst du jetzt eh wieder zu uns. Ja. Meine ganzen Sachen sind wieder weg. Ja, das ist scheiße. Der Stamm ist Speer. Oh, nein. Oh, ich könnte kotzen, ey. Wo bin ich denn gelandet? Wo bin ich jetzt gelandet? Ich kann doch nicht so weit von dir weggekommen sein. Jetzt hab ich mich verlaufen. Ja, respawn hier. Irgendwas stimmt doch da nicht. Also. Ja, ehrlich. So. Ich würde sagen, mit meiner Wiedergeburt beenden wir die Runde. Ja, warte mal, jetzt hab ich mich hier verlaufen. Ach so, oh. Wo bin ich jetzt erstmal heimfinden? Warte, ich glaub, ich hab's aber jetzt. Wo bist du denn? Warte, ich hab's jetzt. Ich hab... Ich seh das Dorf. Ah, das ist gut. Moment, ich komm. Da, ich seh auch dich. Ah, ich seh dich auch, ja. Ja, guck mal. Guck mal. Wo bin ich denn gelandet? Ich war auf 43, 33. Das ist doch nicht so weit weg von mir. Wo fahr ich denn da? Ich weiß es auch nicht. Du bist irgendwie in die falsche Richtung gelaufen. Ja, aber voll. Okay, dann würde ich sagen, machen wir dann für heute. Ich hab Federn. Okay. Dann machen wir dann für heute mal Schluss mit der Runde. Ja. Oh Mann, ey. Aber immerhin, ey. Meine ganzen schönen Sachen. Ja, dafür tut's mir leid. Aber ey, wir haben immer ein paar Ingos verkloppt. Ja. Und? Wir haben Ingos fertig gemacht. Danach ging das, äh... Dilemma los. Dilemma los, genau. Jedes Mal, wenn wir Ingos machen, bin ich danach tot. Warum? Stimmt. Irgendwie bist immer du derjenige, der drauf geht. Ach, das kann doch alles nicht wahr, Stein. Na gut, dann machen wir hier mal Schluss. Genau. Ja. Ansonsten hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr heute auf jeden Fall Spaß an der Runde hattet. Ich hatte auf jeden Fall Spaß daran. Auf jeden Fall. Also, selten so gelacht hier. Ja, und wenn's so ist, dann zeigt's uns doch gerne mit einem Daumen nach oben für unsere Videos. Und schaut doch gerne mal auf unseren Kanälen vorbei. Vielleicht ist da noch was dabei, was euch sonst so gefällt. Genau. Abonniert's ja auf jeden Fall gerne mal. Ja, und lasst uns noch ein paar Kommentare da. Freuen wir uns auch sehr drüber. Hattest du Abos erwähnt? Hab ich gerade, ja, hab ich. Gut. Ja, aber kann man immer noch erwähnen. Abos, Abos. Ja, Abo, Abo, Abo. Genau. Ja, und ansonsten hoffen wir, wie gesagt, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Ja, wünsch ich euch auch. Bye, bye. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao. 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 Ciao.